der Mann ist wieder da jetzt kommt gleich wieder so eine schwule Attachophonie von der Mann von der Mann von der Mann er dieses Spiel hat mir echt neue Seiten gezeigt mit von der Mann Alisa Fischkopf ist er kommt nicht in einem der wir also noch nie gesehen ja okay was aber eingegeben ob Vicky Daichi soll man machen was wenn doch was wenn doch er vorkam egal geschafft die Anforderungen hier also die Missionen nehmen müssen sind richtig schwierig kann ich dir glauben aber alle ging nicht über ein Punkt gesammelt über zwei das ist schwierig wenn du es nicht schaffst egal oder willst du unbedingt das schaffen Mann aber zeig mal kurz da also Odaichi ja was warte jetzt hab ich mal nach links also Pandaman bei Vicky eingeben da seht ihr wo man vorbeikam wo daichi wo's Odaichi hm wo er vorkommt wo er vorkommt danke dass mich korrigiert das muss gehen egal Abitur hey geh auch Abitur was was anderes ja okay er hat Fachabitur egal Fachabitur ist auch sowieso besser finde ich er kommt drauf an welches eh warte was weiß ich ach ja mein Grieb das ist echt so guck mal was ich lerne bringt mir in meiner Arbeitswelt nicht das bei stimmt eigentlich warte mal wo ist Engel hab ich ihn grad über ich hab ihn übersehen da ey ob meine Arbeit ob meine Arbeit wissen oder ob ich ein Buch gelesen habe über Nana oder irgendwelche komischen Leute da genau das Buch ähm leck mich man ich wollte niemals wissen ob ich dieses Buch gelesen habe genau das war ähm ich hab den dritten hab ich einfach im Wege genommen ich hab eigentlich ein Geschenk ist gut ich fang dann mit ein GP an also noch plus eins uuuuuh ich kann dir das nicht zeigen Modus irgendwie so ja aber irgendwie so du weißt du was ach ja schon mit minus 500 Jahren und was das Ziel also du musst die besiegen wer die weiß runter ich hab jetzt zwei und ich bezielt hab oh nein man und die Zeit auch noch der ist normal ob er genug Zeit um zu gehen ja aber Aufnahme das ist das Problem was wenn ich das Projekt fertig habe kommen nach Final Fantasy also wen dann erst mal erst mal erst mal Schenks dann noch was wenn ich unten jetzt oh oh entschuldige kommt her guck mal zack aber wenn der Betrugnis kann er viel kämpfen oder was habe ich das jetzt verstanden oder wie er ist so er hat sich nicht warte mal Naruto von Final Fantasy 4 Final Fantasy 4 ich habe ihn besiegt ich habe keine Puppen jetzt ja ja das ist unfair dieses Projekt muss ich noch zu Ende machen mach ich 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 4 Projekte muss ich noch und das letzte dauert sowieso noch lange er wird denn nicht das bitte nicht noch einmal machen okay das dort sowieso zu lange außer dass wenn du schaust guck mal die ficken dich aber richtig hatte jetzt okay er warst du minus 3 minus 1 okay so schnell kann man auch jetzt haben jetzt haben weil es auch ich habe ich habe schon und das war Zeit okay genau ich habe eh nill gemacht und danach schaden egal komm komm schenks komm komm schaffst du es noch die letzte spielzeit da gewisse machen oder ja wenn ich hier guck mal die sind auch immer weg da ich habe es noch da ich habe es noch da ich habe es noch naja ich habe nicht dass er mich noch trifft so geht was machen die da bei der tür da sind die ich muss ein haben die kann keine zum das machen wenn ich die mit so wenn ich die so besiegen das ist verboten 1 2 ok die ausführung warte wenn du hier noch gesehen darf man nicht verlieren darf man nicht verlieren warte wenn du verlierst du es nur ein und verlierst du ein Punkt oder aber die kriegen das war nämlich außer wenn die Lava stirbst außer wenn du außer wenn du in die Lava stirbst bleibt bleibt wenn du fast stirbst springen in die Lava mach ich auch oder warte bis ich habe dann kann ich ja nichts ja 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 das ist das ist Essen ach ja warte eh aber eh das hat er gemacht ja weil dann noch jemand war hallo hast du noch mal eingesetzt mhm ich bin immer noch in Führung ok ja geht doch wegen Robin ja kein Danke 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 es das es es kommt komm 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 bringe um aber jetzt 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 führst du aber richtig es sei denn die also nicht es sei denn mach aber später es sei denn das hat er ganz letzt die 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 das nicht gut ich helpt nicht wir wieder jetzt haben die untere Reihe alle geschafft oder Prozent was für den Verteidigung die Schnell oder ich weiß nicht ob das wieder so wie die meisten davon so wenn jemanden bei denen Koppel bei die Tramse ach so ja ein Mathe ich weiß nicht ob ich meine Beine so eingeschlafen ist Barock Firma Hütte GPR holen stark das ist gut gut so was in der Zeit beschwemmen aber ich glaube ich kämpfe niemand 3 Bingo-Verteidigung das ist schwierig also Bingo-Verteidigung die drei zu machen aber fünfmal nur ok da sehe ich schon die Schwierigkeit ah ok stimmt ja die waren ja hier letztens bin ich das doch richtig hallo Entschuldigung ist der Nervi Deine Zeit ist auch bald weg man genervt war die Geschwärft ok jetzt hast du in Ruhe oder was oh hätte ich doch die Sachen genommen egal gut so ha ja ja man und jetzt mir egal wo bist du ok ich treffe nicht egal bisschen haupten kann ich schaden ok vielleicht wenn ihr nach Noten kommt sofort aber ich glaube ich nicht zu ok ok komm mehr Bingo-Verteidigung ich will ich will es ich will ja ich will ich will nicht alles machen es ist ok ich will das ist kein glatt aber es wird ich will schmerzen Wieso machst du jetzt? Achso, Support. Ah, okay, okay. Ich glaube, diesen Teil muss ich auch nochmal in zwei Teile... Drei Mal von Newgate. Drei Mal. Guck mal, mit Blackbeard. Deshalb ist er bei mir auch gleich 50. Ist er gut? Weiß ich nicht mehr. Ich bleib immer für den Sieg. Irgendwie komme ich gerade gegen Headset. Egal, ich werde diesen Teil sowieso... Wieso lacht er so? Ich werde diesen Teil sowieso in zwei Teile wieder aufteilen. Es werden insgesamt 20 Parts sein, oder mindestens 20. Diesen Morgen früh schon da, musst du dir das morgen angucken, wenn du willst. Das ist schwer. Was? Anzugucken? Achso. Musst du gewinnen oder überleben? Gewinn. Männer, Albtraum. Dankeschön. Essen, essen. Zwei bekomme ich mindestens. Aber ob du die triffst? Warte. Ja. Betroffen und... Aber es hat nicht so viel abgezogen. Ich sehe auch... Wow. Frankie? Ja. Störte nicht. Doch, er wurde gestört. Ich glaube, er hat drei getroffen. Nee, aber ein gesiegt. Ich muss einen loswerden. Ey! Oh! Entschuldige, Entschuldige! Mann! Egal, ist ja egal jetzt. Egal, ein bisschen Träume zu stellen schadet dir nie. Mann! Egal, ein bisschen Handicap schadet nie, Musstie, oder? Was? Was? Eingesiegt. Okay, jetzt geht's mir noch. Gleich mit Frankie, oder? Ja. Ich verliebe. noch einmal wirklich warum Mönchengladen Mönchengladen ja schon wieder und ich mein Fehler ich bereitet diese Mosse dann in die Truppe Katze für immer dann stärker Bild also Zorunen oder Nami oder wenn die da sind keine Ahnung was zu gucken und ich weiß nicht Lister kannst du nehmen ja dann nimm Lister aber trotzdem für die Zukunft Brück warte schon jetzt mal Robin ein Blech ja genau jetzt ich bin zu machen oder ich glaube er ist abgång nein der du tritt sie sind und driftsen noch mit den Füßen also mit einem Mann und da waren zerstören ich habe jetzt blöcke einsetzen einschlafen die lieber weg die schlafen ein genau ist da eine Pfütze wo man reinfällt man sieht es lasst du es ja ich sage keine von dir aus was oder wird es nochmal ja aber wenn du erlaubst ok dreimal ist blöcke aber wenn du jetzt verlierst dann mach mir aus dein erstes Mal nicht mal 10 Mal ja das ist mir egal das ist mir witzig das ist mir alle so oh 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 ich habe noch keine zwei du hast noch zwei jetzt jetzt komm vier player ich denke sie sind erstens ich bin ja Luft verdammt ich bin ja Luft verdammt es geht doch Franky 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 warte der hat vier Kass jetzt weg und beide Hüber also zwei von denen sie sind er trifft ja einen ja den kann ich ja komm 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 oh der Lockpot meine ich was sag ich da perfekt nochmal hier ist Robin ach schuldige geil er ist weg jetzt komm Robin oh die ist auch schon tot blub 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 Mann ey ja ist klar das ist die nächste Mal jetzt kommt work jetzt ist der Punkt und tschüss ha 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 okay wir sind ich kann nicht so ein so ein Bastard Guck mal wieder hin, was in dir liegt Oh man Egal, Herzprobleme Tschüss Ah, das wären locker mehrere Parts Wie viel? Drei Inseln? Warte mal, wie viel kommen noch? Guck, da sind die leichten, leichten, leichten Dann wird's hier schwieriger Also die hier, die hier, die hier, die hier Also insgesamt noch sieben Stück Sieben Stück müssen wir machen Genau Okay, warte, Cut Mach schon mal deinen Einsch...